Wir sind nicht die Ersten und wir werden auch hoffentlich nicht die Letzten sein. In Zeiten wie diesen zählt jede anständige Stimme. Und deshalb sagen wir von Baden-FM ganz klar, Schluss jetzt mit der Feigheit. Mund aufmachen! In Zeiten, in denen die Dümmsten der Dummen am lautesten schreien, müssen wir, die anständigen Menschen, uns dagegenstellen. In denen mit ganzem Hass gegen die Ärmsten der Armen gehetzt wird, braucht es anständiges Kontra. Und deswegen sagen wir von Baden-FM herzlich willkommen an alle, die unsere Hilfe brauchen und denen es nicht so gut geht wie uns. Und es ist auch ganz egal, aus welchem Grund jemand nach Deutschland kommt. Jeder verdient es, menschenwürdig behandelt zu werden. Brandanschläge auf Flüchtlingsheime, Rassendenken, ja sogar miese Pöbeleien von dumpfen Kleingeistern sind das Allerletzte. Egal ob schwarz oder weiß, Moslem oder Jude, homo oder heterosexuell. Mensch bleibt Mensch und jeder Mensch, der unsere Hilfe braucht, verdient sie auch. Und wer nicht begreift und endlich kapiert, dass es keine Menschen zweiter Klasse gibt, der kann uns gestohlen bleiben. Um es nochmal ganz klar zu sagen, wir wollen euch Rassisten nicht. Weder als Hörer, noch hier auf Facebook und Co. Deshalb bitte, entfreundet uns und schaltet bitte ab. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.